Es ist schon mehr als skandalös, was da passiert, wie sich ein Hergelaufener bei uns einquartiert. Ich weiß, weshalb du ihn verfügst. Ich kenn dein Ziel. Ihr hasst ihn allesamt. Fahrt mal nach mir. Und ich erlebe heute, Frau, Kinder, Diener stürzen sich entfesselt auf die Bord. Sagt, ich musste allen, mein Almosen mit den Bedürftigen zu teilen. Tatüff kennt seinen Mann, betrügt ihn hinterrücks und melkt ihn wie ne Kuh mit 100 Zaubertricks. Von diesen falschen Geistern wimmelt's überall. Die Menschen reinen Herzens sind ein anderer Fall. Und man erkennt sie leicht. Auch unsere Welt und Zeit bietet genügend Beispiel wahrer Frömmigkeit. Schamlos setzt man ein jedes Mittel dafür ein, um diesen frommen Menschen endlich loszuwerden. Aber je mehr man intrigiert, ihn zu vertreiben, desto entschlossener bin ich. Er wird bei uns bleiben. Mit den Komplotten dieser Ratte mache ich Schluss. Dem sage ich klipp und klar, dass er verschwinden muss. Sind Sie bereit, auf diesen Vorschlag einzugehen? Des Himmels Wille möge in Erfüllung gehen.